Herzlich Willkommen auf dem MTB News YouTube Kanal. Mein Name ist Gregor und heute geht es um unsere Testseindrücke zum Intense Tracer 29. Das Intense Tracer 29 bietet 170 mm Federweg an Front und Heck und ist alternativ auch als eine Mullet Version mit 27,5 Zoll Hinterrad erhältlich. Aktuell bietet Intense lediglich eine Vollausstattung an. Die haben wir hier getestet, das Pro-Modell und es kostet 6.500 Euro. Wer das nicht möchte und sich sein Rad lieber selber aufbaut, kann zum Rahmenkit greifen. Dieses kostet 3.400 Euro. In der hier gezeigten Ausstattung mit unseren Schwalbe Einheitsreifen und Griffen und Sätteln von der Marke Ergon wiegt das Rad 16,4 Kilo und war damit das schwerste Bike in unserem Enduro-Bike-Vergleichstesten. Das Tracer 29 setzt, wie wir es von Intense gewohnt sind, auf ein Hinterbausystem mit einem virtuellen Drehpunkt. Das bedeutet, dass der Hinterbau mit zwei Links mit dem Hauptrahmen verbunden wird und der untere Link steuert außerdem den Dämpfer an. Das Ganze nennt sich in diesem Fall JS-Tuned. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Rad auch als eine Mullet-Version erhältlich. Außerdem gibt es einen Flipchip, mit dem man die Geometrie verstellen kann. Dieser befindet sich im unteren Dämpferauge hier unten. Interessantes Feature ist sicherlich das Chat-Storage-System. Dabei handelt es sich um ein Staufach auf der Unterseite des Unterrohrs, kurz vorm Tretlager, mit einem integrierten Multitool und einer kleinen Tasche, in der man verschiedenste Utensilien einpacken kann. Natürlich gibt es die üblichen Features, wie den Rahmenschutz am Unterrohr und am Hinterbau, Platz für eine Flaschenhalteaufnahme. Erwähnenswert ist auf jeden Fall die mitgelieferte Toolbox. Diese enthält alles, was man zum Beispiel für die Umrüstung des Bikes auf Tubeless benötigt. Außerdem auch weiteres Werkzeug, wie zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel. Alles in echt solider Qualität und unserer Meinung nach wirklich eine gute Sache. Das Pro-Modell kostet wie gesagt 6.500 Euro und dafür bekommt man bei Intense eine absolut solide Ausstattung. Allerdings nicht die Top-Produkte, die wir an anderen Rädern in unserem Testfeld in dieser Preisklasse gesehen haben. Das Fahrwerk kommt aus dem Hause Fox. An der Front arbeitet eine Fox 38 Fehlergabel mit Grip2-Kartusche. Am Heck gibt es den X2 Performance Dämpfer. Dieser hat etwas weniger Features als der High-End Factory Dämpfer. Außerdem gibt es einen 12-fach Antrieb von Shimano aus der XT-Gruppe. Und auch die vier Kolbenbremsen stammen aus der Shimano XT-Reihe. Abgerundet wird das Ganze von vielen E13-Anbauteilen, zum Beispiel die Sattelstütze, das Cockpit oder auch die Aluminium-Laufräder. Das Tracer 920 wird in drei Größen angeboten, von M bis XL. Wir haben es in Größe L getestet. Dabei hat es einen relativ moderaten Reach von 472 mm, kombiniert mit einem hohen Stack und einem wirklich sehr tiefen Tretlager. Die Kettenstreben sind auch eher auf der langen Seite mit 447 mm und es gibt einen relativ flachen Lenkwinkel von 63,7 Grad. Dazu gibt es, wie wir es von modernen Enduro-Bikes gewohnt sind, einen relativ steilen Sitzwinkel. Und es gibt einen Flipchip, mit dem könnt ihr die Geometrie leicht beeinflussen. Das sind ungefähr 0,7 Grad bei den Winkeln und es hebt zum Beispiel das Tretlager 10 mm an. Bergauf bietet das Intense Tracer auf jeden Fall eine angenehme Sitzposition, wie wir das von einem modernen Enduro-Bike gewohnt sind. Man muss aber sagen, dass man wirklich sehr schnell merkt, dass man hiermit keine Bergrennen gewinnen wird. Der Hinterbau wippt auf jeden Fall spürbar und es fühlt sich insgesamt etwas zäh an. Das liegt sicherlich an einem sehr hohen Gewicht einerseits, andererseits an einem nicht gerade antriebsneutralen Hinterbau. Auch der Lockout des Dämpfers ist sehr weit unten gelegen, dadurch schwer erreichbar. Und generell ist der Fox X2 Lockout nicht super effektiv. Er kann das Wippen des Hinterbaus nicht unterbinden. Er hebt das Tretlager leicht an, macht die ganze Position etwas aufrechter. Das ist schon durchaus angenehm, aber macht jetzt keine spritzige Bergziege aus dem doch eher Downhill ausgerichteten Intense Tracer. Ist man dann endlich auf den Berg oben angekommen, kann man sich wirklich auf die Abfahrt freuen, denn das Intense Tracer 29 ist die Downhill-Maschine in unserem Test. Durch das sehr tiefe Tretlager und die hohe Front steht man tief im Rad drin. Der Hinterbau spricht extrem sensibel auf Schläge an, nimmt auch große Hits gut auf und vermittelt ein insgesamt sehr sattes und extrem vertrauenserweckendes Gefühl. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Man muss sagen, wir haben bei diesem Rad sogar einen Volumenspacer aus dem Dämpfer ausgebaut. Zu Anfang war es ein bisschen zu sensibel, ist dann etwas durch den Federweg durchgerauscht und hatte dann eine krasse Progressionswand am Ende. Durch den Ausbau des Volumenspacers hat sich das erledigt. Das Rad hat einen guten Gegenhalt in der Federwegsmitte. Er hat einfach dazu eingeladen, das Maximum in der Abfahrt zu geben. Das ist wirklich das Rad für schnelle, steile Strecken. An unserem Test dort Finale Ligure auf der Strecke Little Chambéry, die viele hohe Kanten zu bieten hat und hohen Speed, hat es wirklich viel Selbstvertrauen vermittelt und war ein Favorit der Tester. Man muss allerdings auch sagen, dass es dadurch in engen, verwinkelten Strecken natürlich etwas zäh ist. Wir waren insgesamt überrascht, wie gut es trotzdem langen Hinterbau um die Kurve geht. Das liegt sicherlich auch an dem eher kurzen Reach. Das ist schon in unserem Test ungewöhnliche Kombination, die unseres Erachtens aber insgesamt aufgeht. Es ist aber sicherlich nicht das beste Rad für verwinkelte Strecken und auch die Spritzigkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Man muss schon wirklich wissen, dass man damit Downhill ballern will. Die exzellente Downhill-Performance wurde unserer Meinung nach leider lediglich durch das wirklich sehr laute und penetrante Klappern durch die Leitungen am Rahmen gestört, das wir von Anfang an hatten und es mit steigendem Verschleiß auch immer schlimmer wurde. Zusammenfassend muss man sagen, dass uns das Intense Tracer 920 mit seinen Downhill-Fähigkeiten überrascht und absolut begeistert hat. Man muss aber dazu sagen, wer zu Hause eher verwinkelte Home Trails hat, dort könnte das Rad auch mit seinem hohen Gewicht und der gewissen Trägheit eher unterfordert sein. Und wir würden auf jeden Fall dazu raten, die Geräuschkulisse des Rads mit Tape oder ähnlichem zu dämpfen. Viele weitere Details zum Test des Intense Tracer findet ihr in unserem Testartikel, den wir euch hier unter dem Video verlinken werden. Außerdem könnt ihr natürlich in den Kommentaren Anregungen und auch Fragen posten. Und hier geht es weiter zu unserem nächsten Video.